Willkommen zurück. Beim Tarnkonflikt. Wir sind in Herrons Nebel und wollten hier... Eingehende Nachricht. Genau, eine eingehende Nachricht abwarten. Nein. Was wir wollten war... Wir wollten unser Piloten abgeben. Personal transferieren. Schiffe mit Piloten. Ach, nicht, warte. Das kann ich ja direkt machen. Erweiterte Optionen. Warenaustausch. Genau. So. Uri Geller gebe ich jetzt mal rüber. Und damit bin ich wieder frei. Sprungantriebsknecht. Du bist wieder zu Hause. Das freut mich. Geier-Prototyp. Heimat des Lichts. Nein. Ach ja, Terracorp Hopkott hier. Stimmt. Den hatte ich ja extra hierher geschickt. Weil ich, ähm, vergessen hatte, dem einen Sprungantrieb zu geben. Sprungantrieb installiert. So. Und jetzt kannst du... Kommando, Kommando, Konsole, Navigation... Bringe mal nach... Fortwährende Sünde. Klick, Klack, Klack, Klack. Genau. Kommando akzeptiert. So. Er kann springen. Wunderbar. Jetzt warte ich mal schnell, bis er gesprungen ist. Drei, vierzig, fünfzig... Ach, egal. Der ist schon gesprungen. Oder? Nee, ist er noch nicht. Jetzt ist er gesprungen. Das heißt, wenn ich ihn jetzt auf der Sektorkarte finde, muss ich nicht... fortwährende Sünde suchen. Kommando, Kommando, Konsole, Navigation... Folge mal bitte... dem Superbergbauschiff. Kommando akzeptiert. Genau. So. Die habe ich noch gerade abgeschaltet. Genau. Was wollte ich heute machen? Ah, ja, richtig. Codea. Ich habe mir überlegt, ich mache es anders. Paue ich ihn rüstig weiter aus. Und zum Lernen nehme ich mir einen neuen... TM. TM. TL. Ähm... Cefiur. TM. Sag ich doch. So. Okay. 200 Mega... Oh, hat er keinen. Na gut, dann kriegst du. Ekliptikprojektor. Installiert. Lambda-Compute. Zielprojektionserweiterung. Installiert. Sprungantrieb. Sprungantrieb. Triebmix-Scanner. In Versorgung. Na gut, die wirst du nicht brauchen, aber... Wer noch selber? Sorry. Vorsicht auf dem Flugdeck. Ein Schiff landet. So. Lano. Nee. Ich kaufe keine Solanos. Die habe ich. Gut. Jetzt. Weitere Optionen. Ach so, der war ja nicht hier. Cefiur. Kommando. Kommando-Konsole. Navigation. Docker an. Andockerlaubnis erteilt. Kommando akzeptiert. Gut. Erweiterte Optionen. Name ändern. Du bist jetzt mein... Codea-Träger. Codea-Träger. Eins. So. Kommando. Kommando-Konsole. Genau. Dem werde ich nämlich vier Träger geben. Da kann ich... Jagdschiff-Träger. Vier Jagdschiffe. Und da kann ich mit dem in aller Ruhe üben. Schön und klein. Apropos üben. Ich habe mir hier, wo ich sonst immer meine Karte habe, gerade Codea hingelegt. Und gehe gerade alles durch. Also habe ich schon vorher. Und rüste jetzt das Schiff hier Stück für Stück aus. Vor allem, ich brauche ja noch Kapitäne und alles. Und da gucke ich mir das jetzt in aller Ruhe an und versuche mal, den Codea klar zu kriegen. Und ich denke mal, wenn so ein kleines Schiff... Ähm... Ich könnte jetzt abdocken. Ja. Wenn so ein kleines Schiff arbeitet, dann... lässt sich das einfacher bewerkstelligen, als wenn ich gleich mit Paulchen anfange. Apropos kleines Schiff. Ähm... Es gibt doch noch einen Codea Tender. Ein Schiff TL, TSTM. Achso, brauchen Kapitänleutnant oder Leutnant? Hartig was glaube. Achso, da habt ihr gesagt, ich soll den Ton wieder einschalten. Ähm... Jetzt wird es wieder lustig. So. Warnzeit in 5 Minuten. So. SR und D1. Ach, das ist das hier. Lass hier mal gleich losrennen. Jetzt war das in Hartigmas Glaube. Hartigma war hier unten. Kleinkram. Kleinkram. Gut. Gespenstrakete entfernt. So. Wobei, kleine Kram. Um den könnte ich mich mal kümmern. Noch mache ich das selber. Wo fahrt ihr hin? Nach Osttor. Sprungantrieb wird geladen. Wieso werden die eigentlich mitten im Sektor erkannt? 30, 40, 50, 50, 50, 60, 70, 80, 90, initiiere Sprung. Achso, das ist so ein Ring um den Asteroiden rum. Erreiche System. Aktivast Glaube. Wie dumm ich bin, dass ich mein Turbo nicht benutzt habe, um schnell an den Feind ranzukommen. Ziel ist nun in Feuerreichweite. Ziel aufgeschaltet. Pirat Elite. Nichts, Elite. Nichts, Elite. Ziel erfass. Kein Ziel. Du kriegst eine Chance. Ich furchtbare Schande über meine Familie bringen, aber dir Schiff anbieten. Ehrenvoller, totenechtes Mann. Alles klar. Danke. Mantis Rakete. Mantis Rakete haben wir hier. Mantis Rakete und Raumfliegen. Gleich zwei Raumfliegen mit einer Klappe. Alles klar. Elite. Ein Elite. Einmal 25 Megajuscht. Das sind aber meine Solanus besser. Na gut. Eingehende Nachricht. Stopp, 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 stopp. Elite. Schiffssteuerung transferiert. Genau. So, jetzt kommst du mal wieder vor mich. Danke. So, Kommando. Nein. Warenaustausch. Kampfdrohne Mark II. Transferiert. Zielprojektionserweiterung. Transferiert. So. Kampfdrohne Bergungscrew. Bereit. Alles klar. Entfernt. Was entfernt? Maß entfernt. Die werde ich jetzt aber verkaufen. Ah ja, richtig. Energiezellen transferiert. So, fangen wir an. Ja. Ja. 90%. So. Die Yaki sind, warte mal, die Piratenfeinde, Feinde, Feinde. Yaki sind für dich auch erst mal Feinde. Okay. Jetzt du. Navigation. Glocke bitte an. Argon. Ausrüstung. Springen. Alles klar. So. Ihr seid fertig. Für euch, Meister. Ah ja, richtig. Er sammelt jetzt erstmal den ganzen Krempel ein. Egal, wird mitverkauft. Geschlossen. Danke. Erweiterte Optionen. Warnaustausch. Kampfdrohne Mark II. Transferiert. Ähm, da. Hä? Mars. Hä? Zielprojektionserweiterung. Transferiert. So. Kommando. Kommando. Konsolen. Navigation. Docke mal bitte an. Ach so, ist ja militärische Außenpost. Wo finde ich jetzt die nächste Schiffswerft? Argonen? Da. Schiffswerft. Ohne Satellit. Erteilt. Kommando akzeptiert. Ohne Satellit. Oh, warte mal. Ich soll ich gerade ausprobieren. Da. Erweiterter Satellit. Transferiert. Tschüss. Docke an. Aber Schiffswerft. Nein, wirst du nicht. Okay, die kann ich auswerfen. Perfekt. Pass auf, meine Elite. Kommando. Kommando. Konsolen. Navigation. Gehe mal bitte zur Position. In Herzenslicht. Kommando akzeptiert. Dort. Und sag Bescheid, wenn du da bist. Dann wird der nämlich den Satelliten auswerfen und dann werde ich verkaufen. Gut. Das Thema ist erledigt. Nächste Thema. Ja, gar kein nächstes Thema. Ähm, wir springen mal zurück nach Trantor und warten, dass unser PT, unser TM fertig wird. Sprungantrieb wird geladen. 10%, 20%, 30%, 40%, 50%, 60%, 70%, 70%, 80%, 90%, initiere Sprung. Also, ein Schiff der Klasse TL, TS, TM und M3. Kapitänleutnant für den TL. Er hat Notsignal von Trantor. Ich bin in Trantor. Ah. Weg ist er. Er hat mich kommen sehen. Kontrollzentrum. Also. So, wir docken hier mal fröhlich an. So. Pilot mit Rangkapitänleutnant oder Leutnant. Willkommen zu Hause an Bord. Verbindung zum örtlichen Handelsnetzwerk hergestellt. Ähm. Galaxiekarte. Heinrichs Nebel. So. Gelandete Schiffe. Mein Personal-TP. Du hast nur ein Fluglehrer an Bord. Gut. Hast du genug Energiezellen? 200. Die reichen nicht. Kommando. Kommando-Konsole. Navigation. Springe mal und fliege zu Station. Doch. Die reichen. Eingehende Nachricht. Eingehende Nachricht. Genau. Und du fliegst zu Station. Aldrin Energie. Da. Andock-Erlaubnis erteilt. Kommando akzeptiert. So. Codea. Handel. Jetzt geht's los. 200 Megajoules-Schilder. 200 Megajoules-Schild. Insta. Laderaumerweiterung. Insta. Ruderoptimierung. Triebwerks-Tuning. Installiert. Boost-Erweiterung. Installiert. So. Was brauchst du denn jetzt alles? Was brauchst du mindestens? Kampfsoftware 1, 2. Lebenserhaltung für Frachtraum und Navigationssoftware. So. Ich würde sagen, Handelssoftware kriegst du. Handels-Compute. Handels-Software. Handels-Software. Kampfsoftware. Kampfsoftware. MK2. Da kann ich den nämlich von weitem. Navigationssoftware. MK1. Patrouillen-Software brauchst du eigentlich nicht. Die braucht der Abfangjäger. Na, ich gebe dir die mal mit. Patrouillen-Software installiert. Spezialsoftware MK1 installiert. Und die hast du schon. Okay. Gut. Jetzt. Kommando, Kommandokonsolen, Navigation, springen und fliegen zu Stationen. Jetzt kann er nämlich. Terrakorb Hauptquartier. Handels-Erlaubnis erteilt. Kommando akzeptiert. So. Jetzt wollte ich Aldrin. Da sind jetzt nicht meine ganzen Kapitäne fertig. Also. Skiron. Kapitän. Ja. Kommando, Kommandokonsolen, Navigation, docke mal bitte an. Aldrin Energieproduktionsbasis. Andock-Erlaubnis erteilt. Kommando akzeptiert. So. Und die alle? Müsste Läutern an Bord haben. Und wenn ich den Läutern jetzt in den Skiron setze, müsste daraus jeweils ein, ähm, Kapitän werden. Stimmt's oder hab ich recht? Docker an. Andock-Erlaubnis erteilt. Kommando akzeptiert. Ich probiere das mal mit 2 aus. Kommando, Kommandokonsole, Navigation, Docker an. Aldrin Energieproduktionsbasis. Andock-Erlaubnis erteilt. Kommando akzeptiert. Ach, dann nehmen sie mit. Docker an Aldrin Energiebasis. Andock-Erlaubnis erteilt. Kommando akzeptiert. So. Wenn ich jetzt alles richtig gemacht habe, dann müsste mein Personal-TP mit 4 Kapitänen zurückkommen. Naja, mit 3. Ein Leutnant muss ich ja... Nee, warum? Mit 4. Funktioniert schon. Okay. Ich wollte jetzt hier auftanken. Erweiterter Satellit. Transferiert. Ähm. Energiezellen. Transferiert. Genau. So. Hartigua. Ah, da fliegt der Elite. Okay. Gut. Der braucht noch eine Weile. Eingehende Nachricht. Codea. Ja. Du brauchst... Transporter. Transporter installiert. Ach so, richtig. Die Lebenserhaltung, die gibt es ja hier nicht. Die gibt es ja nur bei den Tere... Tela... Ah, Quatsch. Tela, Anna. Ähm. Teladi. Ähm. Globale Kommandos. Nein. So. Schiffsausrüstungen. Eingehende Nachricht. Klappe. Aldrin. Erde. Torus. Geierstern. Handelshafen. Heimat des Glücks. In Lu gibt es... Ja gut. Profitabler Handel. Profitabler Handel müsste ich dann nehmen. Oder Ketzersuntergang. Heimat des Glücks. Handelshafen. Heimat des Glücks. Ketzersuntergang. Ah ne, da kann ich nicht. Brennens Triumph kann ich auch nicht. Ach hier. Breiter Graben ist doch gleich hier um die Ecke. Königliches Forschungszentrum. Ähm. Kommando, Kommando, Kommandokonsole, Navigation, springe und fliege zur Station. Breiter Graben. Da. Oh. 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 Da kommst du ja Ost. Ähm. Ähm. Ah, da war's doch schon. Achtung. Eines ihrer Schiffe wird angegriffen. Familie Hui. Ja, ich bin ja schon unterwegs. Ich bin so Hui. Ganz schnell da. Oh. Mars. 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 Erreiche System. Familie Hui. Kommando akzeptiert. So. Ziel aufgeschaltet. Die Familie Ronka und die Split-Dynastie erkennen ihre wertvolle Unterstützung dankend an. Als Belohnung erhalten sie 5.000. Ihr werdet alles verletzt. Frachtraum enthält nun. Ja, warte nun. Willst du mich überraschen oder was? Frachtraum enthält nun eine große Überraschung. Das kommt auch hier, das ist doch eine Rakete. Hurricane Rakete. Solange es nicht irgendwas illegal ist, ist es mir egal. So. Kein Pilot hier. Ihr Schiff wurde zerstört in Familie Hui. Wieder einer Fall aus. Äh, warte mal, warte mal, was hat der Name gesehen? Notsignal von Omikron Lyra. Ich habe ein Pirat an Bord? Eingehende Nachricht. So, was habe ich jetzt gesagt? Heißt das Ding? Breiter Graben war das wahr? Genau. Königliche Forschungsstation. Und da muss ich selber hinspringen. Andock Erlaubnis erteilt. Kommando akzeptiert. So. Dann muss ich selber da hinspringen wegen den Piraten. Und zwar Ost-Tor. Sprungantrieb wird geladen. 10%, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Ah ja, richtig. Der ist endlich angekommen. Sehr gut. Erreiche System. Breiter Graben. Morgen. Entschuldigung, wenn ich euch umringen muss, aber hier kommt gleich ein Schiff vorbei. Militärische Außenposten. Ah, da ist es ja schon. Gut. Den hätte ich übrigens überwaffeln können. Ja, Lebenserhaltung. Da ist sie. Warte mal, du bist doch... Ich bin doch schneller als du. Kommando. Erweiterte Option. Warenaustausch. Du kriegst meine Lebenserhaltung. Notsignal von grüne Schuppe. Ruhe. Ich muss mal schnell einen Piraten töten. Lebenserhaltung für Frachtraum. Transferiert. So. Kommando, Kommandokonsole. Navigation. Springe und fliege zur Station. Trantor ist natürlich zu weit weg. Wie viel brauchst du für Trantor? Eingehende Nachricht. 120. So. 120. Und... Klick. Energiezellen. Energiezellen transferiert. Kommando, Kommandokonsole. Navigation. Springe und fliege zur Station. Äh... Hier. Trantor, und zwar gehst du mal auf die Seite. Undockerlaubnis erteilt. Kommando akzeptiert. Gut. Und ich kaufe jetzt eine neue Lebenserhaltung. Wie geht es jetzt eigentlich den Piraten? Ach, der ist dann einfach weg. Ja, der ist einfach weg. Gut. Hat sich dann erledigt. Oder ist ja hier noch irgendwo nö. Eingehende Nachricht. Eingehende Nachricht. Ach ja, der Fleisch warte. Um dich kümmere ich mich gleich. Ach ja, und jetzt kommen die alle an. Gut. So, ich docke jetzt sie hier an. Kaufe mir eine neue Lebenserhaltung. Königliche Forschungssetter. Not-Not-Not-Not-Signal von Trantor. Was habt ihr denn alle mit Trantor? Der lebt doch sowieso nicht lange. Not-Not-Not-Not-Not-Signal. Und wo sagt. Ich muss ein paar Geschütze aufstellen. Andock-Vorgang erfolgreich. Königin Atreus und das Königreich Boron entbieten Ihnen ein friedvolles Willkommen. Verbindung zum örtlichen Handelsnetzwerk hergestellt. Lebenserhaltung für Frachtraum installiert. Danke. Jetzt gab es ja noch ein Not-Signal. Gezofone. Habe ich noch was in Gezofone? Not-Signal von 18 Milliarden. Habe ich noch irgendwas in Gezofone? Achtung. Heute findet in der Mode-Abteilung auf Ebene 4 ein Sonderverkauf statt. Und 18 Milliarden? Eingehende Nachricht. Habe ich auch nicht. Ein Xenon. Ein Xenon fliegt da rum. Ja, der kommt von Iana Mosura. Gut. So. Was bekommst du jetzt? Warte mal, du hast doch bloß, ähm, zwei Schilde, war? Ne, drei hast du. Genau. Dann hat das heißt... 200 Megajoule Schild. Transferiert. So. Ein paar Banschis kannst du ja mitnehmen. Banschis-Rakete. Transferiert. Genau. Energiezellen. Transferiert. Ähm. Kannst du die nutzen? Flaggartillerie. Transferiert. Muss ich mal gucken. Nein. Phasen-Repetiergeschütz? Phasen-Repetiergeschütze willst du haben? Okay, pack mal die Flaggartillerie wieder weg. Flaggartillerie. Transferiert. Und hol dir mal ein paar... War natürlich... Ist natürlich typisch. Lass mich raten, die sind alle drüben. Ähm, da kriegst du jetzt noch ein paar Moskitos. Die hab ich wenigstens hier. Moskito-Rakete. Transferiert. Genau. So. Photonimpuls. Notsignal von grüne Schuppe. Wo sie die Phasen-Repetier schützen. Information des Logistikbüros. Aufgrund umfangreicher Wartungsarbeiten am Verladesystem kann es zu Verzögerungen bei der Abfertigung kommen. Oh, das ist ja diesmal nicht wieder... Doch, hier oben. Phasen-Repetiergeschütz. Da sind sie. Okay. Das heißt... Kommando, Kommandokonsole, Navigation, Docker an. Andockerlaubnis erteilt. Kommando akzeptiert. So. Und ich werde da jetzt auch andocken. Sprungantrieb wird geladen. 10%, 20, 30, 40, 50%, 60, 70, 80, 90. Initiere Sprung. Initiere Sprung. Alles klar. Dann werden wir in der nächsten Folge die Kapitäne herholen. Erreiche System, Trantor. Den Codair mit ein paar... Pirat, Bussard. Eingehende Nachricht. Mit ein paar Solanus ausrüsten. Und dann mal schauen, wie Codair richtig funktioniert. Und mein Ziel ist, dass dann die vier Solanus sich um solche Piraten kümmern. Ihr Elite. Ja, richtig. Fracht. Eingehende Nachricht. Sehr gut. Kommando, Kommandokonsole, Navigation, Docker an. Andockerlaubnis erteilt. Kommando akzeptiert. So. Morgen. Morgen. Ziel aufgeschaltet. Ziel ist... Ihr wart jetzt lange genug in meinem Sektor? Verflucht. Frachtraum enthält nun Disruptor-Rakete. Danke. Man hat ja noch schöne... Entschuldigung. Naja. Gut. 20 Kilometer halte das ist doch die falsche Station. Genau, da. Dann würde ich einfach sagen, danke fürs Zuschauen. Danke für... Wie bist denn du? C für. Ach so, ja. Er dokt jetzt da an. Notsignal von Getsu Fune. Nein, jetzt nicht. Ich sage jetzt danke fürs Zuschauen. Danke für eure Tipps und Kommentare. Macht's gut. Genießt den Tag. Und die Notruf, da kümmern wir uns nächstes Mal drum. Und bis dahin. Andock-Erlaubnis verweigert. Hä? Du kannst mir nichts doch sagen. Wer bist du denn? Pass mal auf. Eingehende Nachricht. Du wirst verkauft. Andock-Erlaubnis erteilt. Kommando akzeptiert. So. Was machst du? Dockt an. Gaia-Prototyp. Andock-Erlaubnis erteilt. Kommando akzeptiert. Eingehende Nachricht. Todesklau. Ah ja. Todesklau ist okay. Elite. So. Kann ich jetzt endlich andocken? Andock-Erlaubnis. Autopilot deaktiviert. Okay, ich kann andocken. Dann sage ich jetzt nur noch ein... Diese falsche Station. Das ist die falsche Station. Bin ich doof? Andock-Erlaubnis erteilt. Autopilot aktiviert. Das ist die 18 Kilometerweg. Autopilot deaktiviert. Ach, bin ich so weit weggeflogen jetzt? Na gut. Dann sage ich jetzt noch mal. Danke fürs Zuschauen. Tschüss. Ja, wissen wir. Kümmern wir uns nächstes Mal drum. Ich docke jetzt hier an. Ich mache jetzt hier Feierabend. Und würde sagen... Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Andock-Vorgang erfolgreich. Willkommen zu Hause an Bord. Verbindung zum örtlichen Handelsnetzwerk hergestellt. Und dann geht es das Spiel zu verlaufen. Es ist hier eine schöne titled. Untertitelung des ZDF, 2020